Es sind Sankt, die Häuschen laufen, der Welt vor dem Großen Krieg. Wir haben den Schrecken gestorben, für uns war ein großer Sieg. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben wendt. Denn heute, da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben wendt. Denn heute, da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Der Völkerstreit oder Hass untereinander, er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Klinge, die die Völker gegeneinander hetzt. Denn ich will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind. Die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind. Sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder London und die sich überall zu Hause fühlen. Schönen! stinkоров Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020